Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Azure Administrator Associate. Heute geht es darum, dass wir unserer neuen VM eine Data Disk hinzufügen. Lassen Sie uns gleich beginnen. Zuerst einmal möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Wir haben das letzte Mal gemeinsam eine virtuelle Maschine bereitgestellt. Wir haben während der Bereitstellung ausgewählt, dass wir eine zusätzliche Data Disk bei diesem System haben wollen. Aber wir sehen, es ist keine vorhanden. Was ist denn passiert? Das möchte ich Ihnen schnell zeigen, wenn wir eine neue VM erstellen. Zuerst einmal navigiere ich zu den Resource Groups, dann zur Ressourcengruppe tv-azure-demo-rg. Wir beginnen über die Schaltfläche Add. Nun möchte ich eine Windows-Maschine bereitstellen. Das ist in Ordnung. Und ich versuche einmal direkt weiter zu navigieren zu den Disks. Wir haben uns hier über die Disks unterhalten. Dann haben wir hier die Auswahl getroffen, dass wir eine zusätzliche Disk hinzufügen möchten. Und jetzt sehe ich, das geht nicht. Ich muss also wirklich zuerst die Basics ausfüllen. Also werden wir das schnell machen. Ein Name, ganz einfach. Ich verwende da WIN und 2016. Ich werde ja die Maschine nicht bereitstellen. Dann die Ressourcengruppe schnell auswählen. Dann die Size, dann Benutzername schnell angeben. Das Kennwort, das kennen wir bereits. Dann das Kennwort bestätigen. So, und jetzt geht es weiter zu den Disks. Und jetzt haben wir das letzte Mal beim Erstellen der VM hier den Link angeklickt, dass wir eine zusätzliche Datadisk hinzufügen möchten. Wir erinnern uns, ich habe die Size geändert auf 8 GB. Dann habe ich auf OK geklickt und dann habe ich nochmals auf OK geklickt. Und wir erinnern uns, ich bin dann weitergesprungen zu Networking und kam wieder zurück, weil ich Ihnen noch die Advanced Funktion ebenfalls erklären wollte. Dann habe ich auf Advanced geklickt. Dann haben wir uns über die Managed Disks unterhalten. Und dann habe ich auf No geklickt, weil ich wollte Ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn Sie nicht mit Managed Disks arbeiten, dass Sie dann einen Storage Account brauchen. Aber schauen Sie jetzt, was passiert, wenn ich hier auf No klicke. Sie sehen, sofort wurde die Datadisk entfernt und genau das ist passiert. Ich habe dann wieder gewechselt auf Yes, dass wir mit Managed Disks arbeiten möchten. Aber Sie sehen, die zusätzliche Datadisk, die ist jetzt nicht mehr verfügbar. Darum wurde dann auch die Datadisk nicht angezeigt, als wir uns bei der Ressourcengruppe umgesehen haben. Und da war ich schon etwas, ich sage es jetzt mal so, etwas verwirrt. Ich habe gesehen, wir haben eine virtuelle Maschine, ein Netzwerkinterface und eine OS-Disk, eine Betriebssystem-Disk. Aber wir sehen die zusätzliche Datadisk nicht. Und das hat mich das letzte Mal schon etwas, ja, ich sage es jetzt so, verwundert. Also, und genau das war der Effekt, weil ich eben kurzschnell von Managed Disk gewechselt habe auf Nicht-Managed Disk. Aber das ist in Ordnung. Das spielt absolut keine Rolle. Wir können eine Datadisk auch im Nachhinein ohne Wenn und Aber hinzufügen. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir navigieren zu unserer virtuellen Maschine. Ich bin nun in den Details von der VM-TW SRV 2019. Das System ist ausgeschaltet. Wir sehen Stopped Deallocated. Darüber werden wir uns später nochmals unterhalten, was es bedeutet, Stopped Deallocated. Ich navigiere nun zu den Disks und wir versuchen jetzt, ich betone, wir versuchen jetzt eine Datadisk hinzuzufügen, obwohl das System nicht eingeschaltet ist. Sollte eigentlich funktionieren. Wir wählen hier die entsprechende Schaltfläche aus Create and attach a new disk. Also werden wir das machen. Wir können nun die LAN auswählen. Der Name der Datadisk. Sagen wir einmal TW und dann, wie hiess der Name der Maschine? TW SRV 2019. Also verwenden wir hier TW SRV und dann 2019 minus Data. Dann wissen wir, es ist die Datadisk. Dann den Storage-Type. Premium SSD. Das ist in Ordnung. Die Grösse, wir verwenden jetzt einmal 8 GB in der Grösse und dann navigieren wir zur Seite. Platform Managed Keys für Encryption. Host Caching None. Das ist alles in Ordnung und wir wählen Save aus. Und jetzt wird diese Datadisk hinzugefügt. Und wir sehen bereits bei den Benachrichtigungen, dass das der Fall ist und wir sehen auch, dass die Maschine erfolgreich aktualisiert wurde. Wir können nochmals die Benachrichtigungen aufrufen und wir sehen hier, die Disk wurde hinzugefügt und die Maschine wurde aktualisiert. Das heisst jetzt also, wenn wir jetzt unsere virtuelle Maschine wieder starten würden, dann hat unsere VM eine zusätzliche Datadisk, die ihr zur Verfügung steht. Dann können Sie diese Disk innerhalb der virtuellen Maschine genau so bearbeiten, wie Sie es kennen von einer On-Premises-VM-Umgebung. Also Sie navigieren in die virtuelle Maschine und öffnen dann die Datenträgerverwaltung und können dann die Disk ganz genau behandeln, wie Sie das von On-Premises her kennen. Nun können Sie den Weg, wie Sie eine zusätzliche Datadisk hinzufügen können. Nun können Sie den Weg, wie Sie eine zusätzliche Datadisk hinzufügen.